So, eigentlich wollte ich nach Rifton. Das ist weiter in die Richtung. So viel zu, ich will vor Sonnenuntergang da sein. Pass auf, nach vorne kommt jetzt Rifton. Das wär's ja jetzt. Ernsthaft? Doppelernsthaft? Was ist das schon wieder für eine? Irgendein Bretone, offenbar. Könnte mal wer so freundlich sein, hier umzubringen. Was war das denn für ein Spinner? Interessante Rüstung, möchte ich hier meinen. Dämmerwacht, Magier, Robo, umgepanzert. Aha. Aber ich bin doch gar kein Vampir. Ach nee, das waren die Wehrwolfjäger, oder? Ich seh nicht mehr durch. Wahrscheinlich sind die gegen alles. Ich hoffe, ich hab jetzt kein Straßenschild verpasst durch diesen Deppen. Das wär sehr, sehr ärgerlich. Ich hab in Nirnwurz gehört. Verspüre aber nicht den Drang, irgendwo jetzt unter der Brücke nochmal nachzuforschen. Achso, ist nur ein Baumstamm. Ich krieg noch mal ne Krise bei dieser Reise. Erze von vorne und von hinten? Ja, klar. Ja. Was ist denn das auf einmal wieder für ne Pisse? Oh nö. Den ganzen Scheißweg nochmal. Wo kommt denn auf einmal dieses dumme Tiernest her? Was soll denn die Scheiße? Ich versuche hier so in einer Stunde einfach nur mal kurz nach Rifthorn rüber zu laufen. Und... Oh. Draußen wird schon wieder hell. Jetzt mach hier ne, die Statue ist nicht sonderlich interessant. Juhu. Geil. Ich hab wieder... Ja, komm, Objekte. So, Dinge mit dir tauschen. Du sollst alles nehmen, was ich nicht haben will. Zum Beispiel das und das. Ich sollte vielleicht nach sowas immer mal abspeichern. Mal gucken, ob der Breton einem jetzt wieder entgegenkommt. Wäre sehr schade, wenn nicht, weil ich mochte denen seine Rüstung. Jaja, los Leute. Hab ich jetzt überhaupt gepennt? Nö, hab ich nicht. Aber ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal. Dann gehe ich halt doch im Dunkeln los und versuche den Weg nach Rifthorn zu finden. So, hier irgendwo im Gras lag doch genau. Dafür hat sich das Aufbleiben schon fast wieder gelohnt. So, du Spinner. Ah, noch kann ich laufen. So, nächster Versuch. Speichern. Da ist ja auch wieder der Typ. Schleicht euch an und tötet ihn. Spaten. Natürlich habe ich wieder zu viel bei mir. Ich sollte vielleicht auch zu Hause mal ein paar Pfeile ablegen, weil die echt das Inventar nur unübersichtlich machen. Holzverlags oder Holzverlags? Du kriegst wahrscheinlich die Holzverlags. Ich werde daran keines. Ich werde das in deiner 핵. Der ist ja auch nicht. Aber das ist... Das ist ja auch nicht. Das ist ja auch nicht. Es ist ja auch nicht. Der ist ja auch nicht. Dann mal los. Dann mal los. Freu dich hinein in diese verdammte Bärenfalle, die da gleich kommt. Wie weit ist es noch bis Riftung? Wir rennen gerade... Naja, es dauert noch eine Stunde, glaube ich. Immer wenn ich denke, wir sind gleich da, kommt wieder irgendwas dazwischen. Vielleicht hätten wir auch einfach wirklich querfeldeinrennen sollen. Das wäre kürzer gewesen. Aber auch nicht sonderlich realistisch, weil wir wissen ja nicht, wo es lang geht. Sind alle da? Ja? Weiter. Okay. Das waren keine Bären, das waren nur Kaiserliche. Finde ich gut. Das Gejammer gerade finde ich schon wieder gar nicht gut. Wieso ist dieser verdammte Wald so dunkel? Helgen, Iverstadt, Rifton. Hier rein. Das dürfte jetzt der unmittelbare Weg sein, oder? Wo die Abzweigung schon direkt hierher führt. Ja. Das ist das. Ich bin jetzt sicher. Ich bin echt gut. Ich bin echt gut. Das ist das. Wie ist das? Das wird nicht mehr kommen sollen. Die, ich bin echt. Ich bin echt. Sie können nicht mehr, Ich bin echt. Das ist. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber ich bin echt. So, was war das jetzt? Wache von Stendr. Äh, ja, ja. Geh doch mal bitte beiseite. Süße, komm mal hier rüber. Wache von Stendr. Mhm. Amulett von Stendr. Das Buch der Dedra. Fackeln. Witzenrohbe, Orkstreitkolben. Größerer Rucksack, schwere, leichte Zaubertränke. Ha. Hier laufen ganz schön viele Sektenmitglieder rum. Erst diese komische Bretone von der Dämmerwacht und jetzt so eine Wacht von Stendr. Höchst eigenartig, möchte man meinen. Guck mal, die leuchten im Dunkeln. Wer davon welche eingefangen kriegen? Mondflatterer. Ich glaube, da gab es auch eine Mod, wo ich dann quasi festlegen konnte, dass sie leuchten und in welcher Farbe sie leuchten. Ganz einfach, weil es cool ist. Da vorne ist wieder jemand. Jemand, der mir eben eine Abkürzung genommen hat. Nach sonst wo. Ich verstehe, ihr habt nur eine Spinne gesehen. Blöde Spinne. Hättest du sie nicht angegriffen, hättest du wahrscheinlich länger gelebt. Okay, wie der Licht ausgleicht, bringt es ja was. Schleiche durch den Wald. Mir ist gar nicht so kalt. Schon wurde ich entdeckt von irgendwas. Wölfe schon wieder. Hier mal ein ganzes Rudeln. Alter. Überhaupt nicht übertrieben, ne? Wie viele Wölfe waren das denn bitte? Zehn? Ich habe jetzt garantiert nicht alle erwischt im Dunkeln. Aber wie gesagt, ich habe auch gerade keine Lust nach Leichen im Dunkeln zu suchen. Vorhin ist schon wieder was auf der Straße. Und zwar wieder ein Wolf. Okay, so langsam wie er die Waffen zieht, werde ich die am besten ab jetzt draußen lassen. So gut, richtig. Da ist ein Wegweiser. Rifthorn hier lang. Gut, dann werde ich da nicht zu diesem Ding da hinten gehen. Weil das könnten auch Banditen sein. Nur so für den Fall. Ist jetzt wieder irgendwelche Scheiße passiert. Pestwolf. Von sowas lasse ich mich lieber nicht beißen. No, das ist jetzt ein Problem. Also, das ist ein Problem. Ah, gut, noch alle da. Ja klar, gehen wir bald Nacht, hat er gesagt. Super Idee, hat er gesagt. Keine Lust mehr am Tag zu laufen, hat er gesagt. Ist viel cooler, wenn man nicht sieht, von wo die Gegner kommen. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Wo ist denn jetzt die Spinne hin? Sind wir jetzt aus der Richtung gekommen oder gehen wir gerade in die Richtung? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ah, da dachte ich mir noch, ist schlauer nachzugucken. Ja, kämpft man da hinten weiter gegen Spinnen. Ich laufe schon mal vor. Du mieser Ratte. Das ist ein Skewa. Skewa sind Ratten. Irgendwer liegt sich da gerade mit Riesen-Sachen. an, da mische ich mich jetzt aber nicht ein. Wir sind so kurz vor Rifter und ich habe ehrlich gesagt, keine Lust jetzt noch dreimal zu sterben. Oh, endlich. Ihr da, Reisender, geht rüben. Ruf mal nochmal, ich sehe dich nicht. Unterstützt mir das Spiel ab. Geil! Nun gut, ich glaube, dann lasse ich das erstmal für heute und mache in der nächsten Aufnahme dann weiter. Ne? Also, als dann. Bis dann.